Was sagen eigentlich die Erfahrungspunkte? Ja, er hat bald ein Level ab. Weil er die ganzen Fliegeviecher da getötet hat. Ne, weil er die Schleime getötet hat, genau. Man muss doch irgendwie diese Dinger hier zurücksetzen. Und das heißt, wir gucken uns in die Decontamination Area um. Decontamination Area Maintenance staff only members keep out. Thank you palace attendances. Hier liegt zum Beispiel eine Nachricht, ja. Ähm, Maintenance staff, also Wartungspersonal. Bitte schiebt neu Pleashed Weapons. Ach, wahrscheinlich polierte Waffen oder sowas ähnliches. In die Statuen am nächsten zur der Main Meeting Hall. Also zur Haupt, äh, Halle. Wer ihr fertig seid, benutzt die vorherige Statue Area, um die Eremann zur Library Osten zu erreichen. Dieses Gebiet benötigt Reinigung und Regorganisation. Dankeschön, Adderland Council. Oh, wie nett. Wie nett. Hä? 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 Ah ja. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Okay, der Teleporter bringt mich hier hin. What the hell, ey? Gut. Das heißt, ich brauche nochmal zwei von dieser Sorte. War das jetzt... Ja, das war der Teleporter. Nee. Okay, also wenn ich reingehe, der linke ist böse. Nehmen wir mal, wenn ich hier das Ding wegnehme. Ja, hat es vollgebracht. Kriege ich die Fackel wieder? Danke. Also der da ist der Böse. Dann nehme ich den da. Der bringt mich nämlich ins Selbstmordgebiet. Wann habe ich das jetzt mal gespeichert? Vor fünf Minuten. Okay. Das heißt, hier oben war ich fertig. Labyrinth. Ja, die Contamination Area. Da lag hier einmal der Zettel rum. So, wahrscheinlich muss ich die beiden Läger löschen. Genau. Ein Pfeil. Äh, ja. Genau, da kommt was angerollt. Okay, mal gucken. Ja, die Wand hält das Ding auf. Äh, Fizzle? Ja, komm ruhig zu mir. Ja gut, so könnte man es natürlich auch machen. Wow, zum Beispiel sich auch so verstecken. Genau, eine Wand. Ja. 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 Und... Ja, was mache ich hier? Naja, toll. Hm, was für Möglichkeiten habe ich jetzt? Hier in dem Labyrinth weitermachen. Das wäre die beste Möglichkeit. Müsste ich nur in Sio reinspringen, hier. Das bringt mich nur noch da, weil in den beiden Richtungen ist nichts. Ich will aber noch da oben. Von hier aus wähle ich nach dort. Von hier aus kann ich nur nach oben. Also gut, ich könnte ja auch auf die andere Seite shiften, aber das bringt mir herzlich wenig. Da komme ich halt. Ah. So, damit habe ich nachgeladen. Das heißt, ich gehe mal nach da oben. Genau, hier wäre ein Teleporter. Elektro-Kinetic-Pulse kennen wir schon, Gott sei Dank. Und das bringt uns wieder hier hin. Hm. Dann bringt uns das wieder nach hier. mehr Licht. Mehr Licht. Das kann uns nach hier bringen. Und nach... Lass mich mal gucken, ob ich von hier aus noch irgendwo hinschiften kann. Tatsache. Da komme ich da rein. Wow. Kommen hier jetzt aber nicht mehr raus. Aber ich habe schon mal wieder einen Stein. Ja gut, warten wir darauf, dass von mir zurückgeportet werden. Durch den Adder-Walk-Cloak hält das auf jeden Fall schon mal einiges länger. Musste halt ein Willpower aufgeben. Was bei seiner Energiemenge aber nicht so schlimm ist. Vor allem, wenn man sich ansieht, wie... Hallo? Schneller Energie regeneriert, wollte ich sagen. Das ist vor allen Dingen dann schön, wenn er... Ähm... Arc-Mage geworden ist. Hm. Bei ihr ist das auch nicht schlecht. So. Irgendwann müssen wir doch mal rausgeportet werden. Hallo. Port. Teleport. Bring mich raus. Ja. Aber dieser Knopf, da tut nichts. Hm. Ja, sehr schön. Okay, dann mache ich hier jetzt mal einen Save. Die Aufnahmesession heute ist etwas kürzer, weil ich sie wieder auf zwei Teile aufteilen muss. Leider. Deswegen gibt es jetzt hier einen Cut. Da sehen wir es in der zweiten Hälfte dieser Aufnahmesession. Oh, ich speichere am besten hier am Kristall. Und bis gleich. Und bis gleich. Vielen Dank.